Keine Gefahr. Keine Genie-Star. Du sieben ab. Und woher wollen Sie das so genau wissen? Ich spürte es. Ich riechte es. Ich bin sehr begeistert von Leni. Ich finde es unglaublich, diese Wortgewalt, diesen Sprachwitz, den sie da rüberbringt mit diesem tollen. Wiener Dialekt. Wiener Dialekt. Manche Titel, den kann man sich kaufen. Manche Titel, der wird einem verliehen. Aber eins will uns so rennen. Das kann man nur sein. Das schönste Mädchen kommt weg. Was für ein toller, schöner, wunderbarer Gesang, Persönlichkeit, witzig, stark, ironisch. Die Texte sind natürlich der Hammer. Es ist einfach als jemand, ich bin oft unterwegs mit einem Pianist und ich weiß, wie schwer das ist, auf die eine Seite so eine Welt zu kreieren. Aber wenn, und man sieht das heute Abend, wenn man auf dieselbe Welle ist, und Tom und Nini sind das, denn es fliegt, und unsere Herzen fliegen mit. Das schönste Mädchen war Wien. Einmal war mal einmal Schindler. Das war eins, die einmal kennt war. Und man sprach den schönen Wien. Schnaupte mich nur über ihn. Doch nun hast du noch einmal mal. Einmal Schindler. Ja, das war mal. Und nun sprich mal hier auf einmal. Überall. Einmal. Einmal. Sehr, sehr schön. Sehr beschwingt. Sehr schlau. Ich glaube, dass Nini diese Rolle lange, 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 lange spielen wird. Und ich hatte so das Gefühl, Sissi Kraner hängt so ein bisschen. Auch als Säulenheilige. Neben Alma, über dem Ganzen, auch vom Musikalischen. Sehr schön. Schlau, schön, flott. Passt. Schlau, schön, flott. Passt. Gut ab, gut ab, gut ab. Gut ab, 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 gut ab